Jo Leute hier diesmal bin ich Chris und nicht wieder David oder was heißt nicht wieder nicht David und diesmal mach ich ein 101 Snap-Only mit Eye-Effekt Moin Leute ja guter Freund immer kackt ab und ja wir haben uns ja schon ein paar Themen überlegt die wir mal ansprechen wollten ne jo und dann fangst du gleich mal mit der Themen an Prozent also wir haben das Thema Promotion für einen Kanal von einem Freund auf dem ich eigentlich auch die die Tieren da ist folgendermaßen Concorda HD ich denke mal da wird auch mit unter Beschreibung von dem Plan der Kanal ja also wenn wir es schaffen also was heißt wenn wir schaffen wir können ja nochmals so Max gerade Concorda sagt Concorda den Channel Namen einfügen der Concorda HD auf jeden Fall ähm ist ein Editieren Kanal der erste zwei Clips sind schon draußen einmal war es der First Clip und dann einmal ein Promotion Video und auf jeden Fall es läuft auch gut wir haben 31 Abonnenten und jetzt glaube ich was bei 230 Video aufrufen und wie lange geht es den Kanal schon zwei Wochen doch das jetzt doch da jetzt als eigentlich für 32 Abos ne ein aber halt ja ich sag nichts da wurden wir ja da kann einfach wieder gepusht noch was anderes ich weiß noch nicht ich hab mal mit David Bissell was verreden wollen voll ähm wegen der Promotion ich weiß nicht wer von euch sich so damit auskennt Promotion kann man oft machen kann ihn hochladen äh das ist zum Beispiel es hat sich zu Jahren als Forschung Prinzip und aber dort war damit damit die Sonne ja damit 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 reden und ne du bist du heißt Günter Günter ja die Promotion hochladen könnte beziehungsweise ich sie Chris geben kann ja und wie wir hier sehen geht dieser Back nicht mehr Nexon du hast was Gutes geschafft ey aber das schlechte was du nicht geschafft hast diese dämlichen Fick dich Hacker rauszulachen ja und wie ihr seht hat er wieder mir ein Headshot gedrückt was er auch nichts anderes kann ja Hacks und so ne ja ja du Hexern Nexon könnte sich wirklich erst ein Hexern umnennen weil da so viele Hacker drin sind und die Lichteffekte sind gut hab ich ja schon in letztem Video gesagt ich hab mir vor Call of Duty hab ich schon in letztem Video gesagt übernimmt das kommt da ums naja bin ich nicht dafür wieso nicht weil da weil es viele Sachen verändert werden könnte vor allem die Maps mir gefallen die Maps bis auf vielleicht 1,2 was ich gestern Abend bemerkt habe beziehungsweise im Video geschaut habe ähm die Map ähm Neptune ist von einer anderen Map aus einem anderen Spiel gestohlen im Prinzip ja es ist eigentlich jede Map ein bisschen ja es ist eigentlich jede Map ein bisschen nein also Neptune und die eine Map aus einem anderen Spiel ich weiß jetzt nicht mal wie es hieß war eigentlich so gut wie identisch Brücken waren dieselben es war unten ein U-Boot im Wasser wo man auch rumschwimmen konnte ok das kann man hier nur ein QR aber man konnte über das U-Boot über eine Brücke halt und naja das sagt jetzt für dich deine Lieblings-Map hier in diesem Spiel kommt ams Powersearch 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 das mit einer meiner Lieblings-Map weil ne einfach mal just for fun essen oder so macht eigentlich immer Spaß das war ein und den Beispiele das mit mit so einiger Hass Player Hass Player Hass Player Hacker das heißt du sagst mich ja also meine Lieblings-Map frag mich was mein Lieblings-Map ist ich kann es mir schon denken Eurig ja man Eurig 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 I love Eurig 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 ist so geil meine Waffen sind zu gut zu lernen ähm ne auf jeden Fall du bist leer du müsstest dich mal entleeren hm schießt oder nicht laus mal fordern Promo schön ja war gut ich hatte in beiden Waffen noch 3 oberten Schuss ab ja diese Ausreden jo könntest du eigentlich also du kennst ja so ein bisschen aus mit YouTube ach mit Videos machen nur gell ja wie gesagt ich bin Editor und ja passt schon erwähnt äh kannst du eigentlich auch so Splitscreen Aufnahmen machen dass du hier zwei Aufnahmen in einer reinführen kannst damit es so aussieht also seine Sicht und meine Sicht sieht das ist eigentlich gar nicht schwer und naja das ist eine Sache ja da brauchst du einfach mit zwei Videos super und man wollen also das ist kaum schwer ich mach's mit Sonny Vegas weil David hat das nicht hingekriegt dieser kleine Mongo nichts gegen dich falls ihr das liest aber du bist ein Mongo jetzt Klaus noch meine Bakke ist es nicht der gezeigt hat du bist ein Bäcker alter Bauer weißt du was ich kann denn Hedger drücken okay es war nicht direkt ein Hedger drücken okay es war nicht direkt ein Hedger drücken oh komm Hedger 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 und es wird auch nicht das liebliche Thema von jedem sein Schule ah ja Schule passt doch ne hör mal zu äh zu der Regel im Unterricht essen naja Bonbons und so finden weißt du was ich dir darauf ansprechen will was ach so ja unser ja unser Physiklehrer ähm ich denke da war ne große Zeit lang krank ähm lag im Krankenhaus und auf jeden Fall er muss jetzt sieben Tabletten am Tag nehmen was ich meine ist einfach nur verdammt vielen meinen Augen ist es auch ziemlich beschissen ja genau Alter aus dem Hedger und ähm er tut mir auch persönlich leid und auf jeden Fall er musste vor seinen Tabletten was essen und er hat gesagt mit Scheibe Brot oder so trocken ist er nicht weil er das nicht runterkriegt naja was ist am Unterricht Döner ja holst du rein in der Tasche ein wunderbar saftigen Döner vom Asad Krill wer es kennt subscribt ins händel nein das war das war nicht Asad Krill das war den das hat man kennt nach Schlotto naja auf jeden Fall er isst ein Döner im Unterricht ja und mein Kollege der hier mit ob er turniert dieses Video mitmacht hat ihn natürlich gefragt ob er auch was essen darf hab ich nicht Junge hast du nein hat Rosalie naja und dann egal dann zum Abfall er ist in auf den Mülleimer gerannt wollte Gemüse rauswerfen ich denk mal es waren die Zwiebeln die das Gas gemacht haben äh ja die Zwiebeln halt und er hat es die manchmal nicht genau in die Mülleimer getroffen sondern neben dem Mülleimer oh was hat der gemacht Leike Boos in der Woche und ist runtergeschoben hallo 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 ja das sagt auch mal was wie findest du Frau Meister ne da hab ich keine Albträume kriegen ne also wir müssen wir müssen endlich jetzt nicht Fick dich man bist so ne Pussy yeah ne ich sag nur Tank ist bei mir Fick und wenn das nicht will messer ich dich und ne auf jeden Fall ähm ich will jetzt nicht genau auf die Lehrer beziehungsweise Lehrernamen eng gehen weil das geht dann schon ein bisschen an die Privatsphäre ok ja aber lustige Sachen gibt es schon immer wieder die leere Luftminuten alter du bist so ein dämlich Hacker Junge hier schreibt iEffekter Nachrichten da ist ein Hacker alter Concorda für dich auch ne ne ey Kamera was willst du Kamera Kamera film dein ja warte ein Hacker Junge Hackmodo Pikachu ey er sagt doch nicht mehr weil er sich konzentrieren muss skill.de was skill.de jaja das sind meine Hacks ich finde es auch behindert dass bei Fraps du nicht siehst Backry Boss du nicht siehst wie lange du auf nur als es doch 15 Minuten gewesen sein auf jeden Fall sag ich mal hause rein Leute und ich hoffe man hört sich mal wieder ja wahrscheinlich öfters vielleicht ja und hier iEffekt uuuu minus i E F F E C großes T unterstrich x3 in die Beschreibung werden sie so nochmal rein kloppen und werden vielleicht öfters mal so wo ich ihn abziehen werde ja dann sag ich einfach nur mal random bis zum nächsten mal haut rein tsch